Mit Vida! Hi, ich bin Luisa. Und ich bin Stefan. Und gemeinsam sind wir eure Moderatoren vom diesjährigen Campus Festival mit Vida Charity Edition. Gefallen dir die Eindrücke vom Campus Festival mit Vida 2019? Wir wollen dir zeigen, was wir eigentlich machen und wie du beim Campus Festival mit dabei sein kannst. 2020 ist ja alles so ein bisschen anders. Die derzeitige Situation macht uns leider nicht möglich, das Campus Festival wie gewohnt für alle Studierenden umzusetzen. Aber wir haben uns trotzdem etwas für euch überlegt. Unter dem Motto SOS, Save Our Sound, findet am 29. Oktober im Zentrum für Medien und Soziale Arbeit das Campus Festival, die Charity Edition, statt. Tragt euch den 29. Oktober auf jeden Fall schon mal fett in den Kalender ein. Dann spielen die Gewinner und Gewinnerinnen der Soundchecks und Headliner im TV-Studio des ZMS. Neben der Veranstaltung warten coole Stände und eine Chill-Lounge auf euch. Zwei Wochen vorher finden auch noch 2 99.3 Soundchecks statt und die werden auch live übertragen. Der 99.3 Soundcheck Rock findet am 13. Oktober statt und der 99.3 Soundcheck Pop ist direkt am 15. Oktober. Hallo, ich bin die Bora, Producerin und damit Projektleitung vom Campus Festival mit Weider 2020. Mit unserer Charity Edition möchten wir dieses Jahr KünstlerInnen, die ohne Club und Festivalauftritte nicht existieren können, durch diese schwere Zeit helfen. Wenn auch du Lust hast, diese Aktion zu unterstützen, dann schau dir die Soundchecks an und komm am 29.10. ins Zentrum für Medien und Soziales zum Campus Festival mit Weider Charity Edition. Oder schau dir das alles im Livestream an und spende einen beliebigen Betrag, denn jede Unterstützung zählt, um unsere Musik zu retten. Damit verabschieden wir uns und hoffen auf eure Unterstützung. Und dass ihr jetzt hoffentlich richtig Bock auf unser Event am 29. Oktober habt. Wir sehen uns zu den Soundchecks und am 29. Oktober zum Main Event. Wir sehen uns zu den Soundchecks und am 30. Oktober.